Hi, hier ist euer Mini Rinde. Ich begrüße euch zu einem 3 Runden Rennen im Albert Park in Melbourne, Australien. Dann legen wir mal los. Legen wir los! Ich sitze übrigens im Wagen von Nick Heidfeld. Leider haben wir schlechtes Wetter erwischt, aber man muss das Beste daraus machen. Gott sei Dank geht in 19 Tagen die Formel 1 wieder läuft am 18.3. Freue ich mich schon drauf. Ja, fast verbremst. Mal eine Frage an euch. Was denkt ihr denn, wie sich Mercedes dieses Jahr präsentieren wird? Schreibt mal dazu was bitte in die Kommentare. Die neuen Nase sehen ja auch nicht gerade hübsch aus. Duckface. Die Übel ist unserboib. See you next time! Tchaue ich ein paar Sachen wieder örtisch an? D achieving das Babyre interes und sangre. Bei Schraub du schraub ich unser laides car ab? Teeter juste bitte hier. D visst eine gute Unterdrücke effects. So, dann geht es in die letzte Runde. Alonso ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Falls ihr das Lenkrad meinen Driving Force GT hören solltet im Hintergrund, dann muss ich mich entschuldigen. Zum mindesten ist er jetzt womit ich fahre. So, danke fürs Zuschauen. Schön kommentieren. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auch abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.